Herzlich willkommen in der EU Academy. Mein Name ist Sabine Tofan und ich möchte Sie zu unserem Klausurtraining im Strafrecht herzlich einladen. Das Klausurtraining wird stattfinden an einem Freitag. Es startet um 9, endet um 17 Uhr mit einer kleinen Pause. Und wir werden bei diesem Klausurtraining zwei top aktuelle, extra für dieses Training erstellte Klausuren besprechen. Sie halten die Sachverhalte vorab und können und sollten eine Gliederung erstellen, also einmal über die Themen schon nachdenken. Und wir werden dann vormittags die eine und nachmittags die andere Klausur besprechen. Thematisch werden diese Klausuren kommen aus dem Strafrecht BT1, Tötungs- und Körperverletzungsdelikte, aus dem allgemeinen Teil, der ja immer mit dem besonderen Teil verknüpft wird in Klausuren, und aus dem Strafrecht BT3, einem sehr gerne in der Vorbereitung vernachlässigten Bereich. Wir werden uns anschauen, wie Sie in der Examenssituation, erstes Staatsexamen, an eine solche Klausur herangehen, wie eine ordentliche Gliederung aussehen sollte. Und selbstverständlich werden wir uns die jeweiligen Themen in der Klausur anschauen und dadurch auch gleichzeitig wiederholen. Also schwerpunktmäßig BT1 und AT und BT3. Im Anschluss erhalten Sie dann die ausführliche Musterlösung, sowie spätestens einen Tag später den Mitschnitt des Webinars, den Sie sich dann immer wieder anschauen können, um die Themen zu wiederholen. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie in dem Webinar beim Klausurtraining begrüßen darf. Bis dahin wünsche ich Ihnen während des Studiums und bei der Vorbereitung auf das Examen viel Erfolg und alles Gute. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie in dem Webinar beim Klausur herangehören.